hallo das war das letzte mal dass ich ins fitnessstudio gehe die menschen also sowas ungenehmes habe ich lang nicht erlebt diese ganzen neidischen blicke alles so neidisch wirklich die sollen einfach ihre eigene pizza mitbringen das sind nun vorne nicht verstanden ich gehe auch mal kurz rein bis gleich